Die Ativa Fit Kurzhantel Diese Hanteln sind nicht nur von hoher Qualität, sondern auch äußerst langlebig, da sie aus robustem Stahl gefertigt sind. Du kannst sie also sicher verwenden, ohne dass Sandaustritt oder sie beschädigt werden. Mit insgesamt 10 Scheiben, die von 2,5 bis 25 in 2,5 Kilogramm Schritten variieren, hast du die Flexibilität, das Gewicht für verschiedene Trainingseinheiten anzupassen. Ein weiterer Vorteil dieser verstellbaren Hanteln ist die Platzersparnis. Das Ativa Fit Multi-Hantelset ersetzt tatsächlich 5 separate Hanteln, was bedeutet, dass du viel Platz sparen kannst. Der ergonomisch geformte Griff der Hanteln ist mit rutschfester Knörlingoberfläche ausgestattet, um dir einen sicheren und komfortablen Halt zu bieten. Fazit Die verstellbaren Hanteln von Ativa Fit sind die perfekte Wahl für dein Handeltraining zu Hause. Mit ihrem hochwertigen und langlebigen Design, der Möglichkeit, das Gewicht individuell anzupassen, der Platzersparnis und dem sicheren Griff bieten sie dir ein vielseitiges und effektives Trainingserlebnis. Noch nicht überzeugt? Dann schau dir gerne noch dieses Video an. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.